Wir sind Kautz Wohnkunstobjekte und mein Name ist Bernhard Rutschneider. Mein Name ist Joris Kautisch. Wir haben unseren Sitz in Berlin-Tempelhof und verwenden Wohnaccessoires, Kunst und Floristik. Kautz ist heute auf Berlin's Night of Fashion, weil wir uns inspirieren lassen wollen von den Models von der wunderschönen Mode, die heute zu sehen ist. Und generell sind wir halt immer auf der Suche nach neuen Ideen. Wir sind heute auch außerdem hier, um den Spagat zwischen Kunst und Mode einmal auszuprobieren. Wir suchen einen Designer, der mit uns zusammen ein Kleid entsucht, was aus unseren Fehlern besteht und auch tagbar ist. Wir hoffen beim nächsten Mal wieder dabei sein zu dürfen und dann mit voraussichtlich neuen Objekten.